Hallo, ich bin Ellie Jennings und das ist der 16. Part meiner Wehrwolf-Challenge. Viel Spaß! Wir sind wieder zurück bei unserer lieben Iyana, unserer lieben Raya und unserem lieben Joro. Bei unserem lieben Lou kann ich leider nicht mehr hinzufügen, denn erstens finde ich ihn nicht sonderlich lieb und zweitens ist er nicht mehr wirklich Teil unserer Familie. Also irgendwie natürlich doch, er ist ja immerhin der Vater von Raya, aber Iyana und er haben sich im letzten Part endgültig getrennt. Außerdem hat Iyana im letzten Part auch herausgefunden, dass Rory diejenige war, die sie verwandelt hat und deshalb haben wir uns auch von den Wildfangs verabschiedet. Wie das hier jetzt weitergeht, kann ich leider noch nicht sagen. Auf jeden Fall werden wir uns dem anderen Rudel annähern, also der Moonwood-Kommuna? Nein, die heißen irgendwie anders. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißen, aber auf jeden Fall müssen wir uns mit denen besser anfreunden, denn früher oder später muss Iyana ja von einem Rudel Alpha werden. Wenn dir dieses Let's Play übrigens gefällt, vergiss nicht, mich zu abonnieren, das Video zu liken und auch zu kommentieren. Vor allem Kommentare sind immer sehr, sehr wichtig, also schreib mir gern alles, was du willst, in die Kommentare. Ich würde jetzt gerne wieder eine Frage stellen, aber mir fällt leider keine ein, deshalb müsst ihr bei den Kommentaren jetzt leider selbst kreativ sein. Ja. Okay, gut, aber dann starten wir jetzt gleich in den Part hinein. Und hier sind wir wieder und sehen ein sehr vertrautes Bild. Iyana sitzt vorm Computer. Um genau zu sein, lernt sie nämlich für ihre Prüfung, und zwar für Recht und Ordnung. Wir haben in diesem Semester nämlich tatsächlich nur noch zwei Tage. Und ja, jetzt müssen wir uns auf jeden Fall anstrengen, denn wir sind auf Bewährung. Zumindest bei diesem einen Kurs haben wir die Präsentation schon abgehalten und die Hausaufgaben haben wir abgeschlossen. Für Recht und Ordnung haben wir die Hausaufgaben jetzt auch abgeschlossen und eben morgen haben wir dann noch die Abschlussprüfung. Ich war nämlich so schlau und habe herausgefunden, dass man die Uni-Hausaufgaben auf der Uni bei einem Stand kaufen kann. Und jetzt hat sie ihre Hausaufgaben wieder. Und Yoru ist schon wieder furchtbar aufgeregt. Also irgendwie immer, wenn Iyana was am Computer macht, ist er dahinter und bellt. Ja. Irgendwie mag er den Computer nicht und er hätte auch irgendwie gern mehr Aufmerksamkeit. Also ich kann es kaum erwarten, dass unsere kleine Raya endlich zum Kind wird. Ich glaube, sie und Yoru werden dann definitiv beste Freunde werden. Das dauert übrigens gar nicht mehr so lange. Also tatsächlich hat sie schon übermorgen Geburtstag, nämlich am Dienstag. In diesem Part wird sich das nicht mehr ausgehen, aber ich glaube auf jeden Fall im nächsten Part können wir dann mit ihr Geburtstag feiern. Ich wollte gerade einen Blick auf Iyana Sozialhase werfen. Und zwar hat sie zweimal diese komische Nachricht erhalten und ich habe keine Ahnung, was sie heißen soll. Einmal von Lu und zwar schon nach der Trennung und einmal von Lili. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, ob es eine gute oder eine schlechte Nachricht ist und ich verstehe auch nicht, welche Sprache es ist. Vielleicht ist es simulisch, vielleicht ist es auch ganz was anderes. Vielleicht habe ich mir auch einen Virus auf den Computer geholt. Ich habe keine Ahnung. Also wenn jemand von euch weiß, was das bedeutet, lasst mir das sehr, sehr gern in den Kommentaren da. Und von Rory haben wir eine Nachricht bekommen. Du siehst aus wie ein rasiertes Lama. Ja. Äh, gut. Ich finde, Rory können wir gleich mal raushauen. Wo geht das dann? Hier. Kontakt löschen. Wir sehen auch hier, dass wir sie verabschauen. Gut. Also Rory hauen wir mal raus. Lu lassen wir derweil noch in den Kontakten, denn immerhin ist er der Vater von Raya und wir möchten ja, dass er nicht ganz aus diesem Let's Play verschwindet. Und im letzten Part haben wir ja auch einen mysteriösen Anruf bekommen, dass wenn wir in den nächsten sieben Tagen heiraten, jede Menge Geld erben werden. Und da habe ich angesprochen, wir könnten ja sozusagen eine Scheinehe mit Mike eingehen. Und ich habe jetzt noch ein wenig darüber nachgedacht. Und ich glaube, Mike würde sich auf das vielleicht nicht einlassen. Also vielleicht muss Iana sich ihm ja so annähern. Und von ihr aus ist es zwar eine Scheinehe, aber er weiß nichts davon. Das könnte ich mir irgendwie ganz gut vorstellen. Ich meine, ich weiß, es ist jetzt nicht sonderlich nett. Aber Iana hat eben gerade schlechte Erfahrungen mit Lu gemacht. Und wenn man schlechte Erfahrungen im Leben macht, dann trifft man danach leider oft nicht so kluge Entscheidungen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt der Fall ist. Auf jeden Fall schreiben wir ihm mal eine krokette Nachricht. Wer weiß, vielleicht möchte er ja auch noch mit uns in Kontakt sein. Wir haben ja nie wirklich mit ihm Schluss gemacht. Ich würde gerne eine Kissenschlacht mit dir machen, Mike. Wie wäre es? Immer diese Kissenschlachten. Die verfolgen mich übrigens auch. Und hier ist auch eine spannende Nachricht. Iana hat geschrieben, selbst eine Kuhpflanze möchte nicht in deiner Nähe sein, Iana. Also hat Iana sich selbst beleidigt. Habe ich das richtig verstanden? Wow. Okay. Alles gut. Aber dann hätte ich gedacht, wir könnten Mike heute vielleicht auch einen Besuch abstatten und einfach schauen, wie es ihm geht und ob zwischen den beiden noch etwas ist. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, denn heute ist immerhin der einzige freie Tag. Morgen hat sie dann nämlich schon wieder Uni. Und wie gesagt, die Uni müssen wir in diesem Semester auf jeden Fall erfolgreich abschließen. Jetzt war da Minusherz. Ist schon wieder was auf Sozialhase passiert? Irgendjemand hat darauf anscheinend nicht gut reagiert. Und zwar mit diesem Smiley. Das ist der... Keine Ahnung, was für ein Smiley. Der verwirrte Smiley oder traurige Smiley? Ich check den Sozialhasen noch immer nicht genau. Aber irgendwie habe ich die Befürchtung, das war Mike. Und... Ja, okay. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis der uns wieder mag. Ich meine, sie sind noch Turteltauben. Sie findet ihn sehr attraktiv. Und er findet sie es verantwortungsvoll. Also ich glaube, das kann schon wieder was werden. Und wir haben jetzt immerhin 8 Uhr früh. Das heißt, ich hätte gesagt, wir schauen gleich bei ihm vorbei. Und hier ist jetzt auch noch die Benachrichtigung Geldheirat. Weil versucht hat, Geld aus Erbschaft zu erhalten. Jana hat per Telefon eingewilligt, die riesige Erbschaft anzunehmen. Aber jetzt hat sie nur 7 Tage Zeit, die Bedingungen zu erfüllen, indem sie heiratet. Warum passiert eigentlich immer nur ihr so etwas? Ja. Werden wir sehen, ob wir das schaffen. Gut, aber natürlich kann sie die kleine Raya nicht alleine zu Hause lassen. Deshalb ruft sie jetzt mal ihre Eltern an. Hier. Rufen wir einfach mal Aluna an. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie nach der Trennung von Lu schon miteinander gesprochen haben. Also ob sie das überhaupt weiß, dass die beiden sich getrennt haben. Aber das werden wir jetzt alles auf jeden Fall klarstellen. Und Aluna ist schon hier. Dann werden wir einmal unserem Ärger Luft machen. Und dann werden wir einmal eine tiefgründige Unterhaltung mit ihr führen und ihr einfach alles davon erzählen. Also erzählen, warum es mit Lu nicht funktioniert hat, dass er eben einfach nicht glücklich war und dass wir deshalb auch nicht glücklich in der Beziehung waren. Und deshalb haben wir uns eben von ihm getrennt. Ja, und ich denke, Aluna wird das Ganze aber gut aufnehmen. Natürlich wird sie sich nicht drüber freuen. Weil natürlich möchte sie nur das Beste für ihre Tochter. Aber ja, sie wird sie natürlich bei ihrer Entscheidung unterstützen. Gut, dann kümmert sich Aluna jetzt um Raya und wir machen uns auf den Weg nach San Maishuno. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, wo Mike gewohnt hat. Oh, wohnt er hier? Ach, hier haben wir Lu eins hinlassen. Stimmt, der wohnt ja jetzt auch in San Maishuno. Äh, hier wohnt er, tatsächlich ganz in der Nähe von Lu. Ob wir das jetzt gut finden, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall schauen wir jetzt einfach mal bei ihm vorbei. Natürlich ohne jegliche Hintergedanken. Ich plane jetzt natürlich nicht irgendetwas. Das ist einfach nur ein ganz normaler Besuch. Und ja, wir schauen einfach mal, was dabei herauskommt. Dann wird sie sich jetzt einfach mal mit ihm unterhalten. Wir hatten ihn noch nicht mal geküsst? Das habe ich anders in Erinnerung. Dann werden wir mal einen Witz über alte Zeiten machen. Humor ist immer die beste Art und Weise, um das Eis zu brechen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es gerade zwischen den beiden ein wenig peinlich ist. Naja, sie scheinen sich aber noch gut zu verstehen. Dann werden sie einmal über Interessen reden. Dann werden wir einfach mal Fotos mit ihm teilen und sie kann ihm ja von Raya erzählen. Natürlich ganz vorsichtig, einfach erzählen, hey, ich habe ein Kind bekommen, aber ich bin trotzdem noch Single. Dann wird sie ihm einmal den Tag verschönern. Dann können wir einmal jemanden parodieren. Und sie fühlt sich auch unglaublich selbstsicher. Also wir haben hier einmal die Stimmung, angenehmes Gespräch. Und dann haben wir hier noch tiefe Bindung wegen Sozialkontakt. Was machen sie jetzt? Ah, okay. Iana muss auf die Toilette. Alles klar. Und Mike wäscht sich die Hände. Danach erzählt sie ihm einfach mal einen schmutzigen Witz. Und dann können wir ihm einmal unsere Muskeln zeigen. Immerhin ist Iana wie immer in Topform und das möchte sie gerne auch ihren Mitmenschen zeigen. Dann wird sie noch eine unglaubliche Geschichte erzählen und wird einfach erzählen, wie es ihr in den letzten Wochen ergangen ist und einfach erzählen, wie es ihr auf der Uni geht. Und irgendwie waren da gerade Herzen und dabei habe ich gar keine romantische Interaktion gemacht. Aber gut, wenn sie flirten wollen, dann sollen sie miteinander flirten. Dann werden wir einen Anmachspruch Logos werden. Jetzt fühlt sie sich angespannt. Es hat nicht sein sollen, weil mit einem anderen Sim als dem schicksalhaft verbundenen Sim geflirtet hat. Irgendwas fühlt sich an all dem falsch an. Kann sich Iana dem Schicksal widersetzen? Also wenn ihr euch daran erinnert, Iana ist ja mit Lou schicksalhaft verbunden. Also hier haben wir genau, schicksalhaft verbunden. Diese Werwölfe sind durch das Schicksal lebenslang aneinander gebunden. Und jetzt fühlt sie sich angespannt, weil sie eben mit jemand anderem als Lou flirtet. Ich meine, ich weiß nicht, wie wir das jetzt interpretieren sollen, denn immerhin ist das Flirten mit jemand anderem nach einer Trennung, glaube ich, immer ein wenig schwer oder ein wenig seltsam. Aber ja, sie ist halt auch schicksalhaft mit Lou verbunden. Also ich bin schon sehr gespannt, wie das weitergeht. Dann werden wir einmal mit unserer Familie angeben. Immerhin haben wir eine unglaublich tolle Familie. Dann werden wir ihm ein Kompliment übers Aussehen machen. Warum war da schon wieder bloß Herz? Und dann werden sie nochmal miteinander flirten. Und dann würde ich gerne was zu essen zubereiten. Ich hoffe, das ist okay für ihn. Kann natürlich sein, dass er sich jetzt wieder aufregt. Sims regen sich daher sehr gerne auf. Aber dann werden wir einfach mal für uns beide Reiskuchen zubereiten. Warum nicht? Eine Familiengröße Reiskuchen. Das dulden wir hier nicht. Hör auf. Okay. Er möchte nicht, dass wir Essen zubereiten. Alles klar, manche Sims mögen das einfach nicht. Ist schon in Ordnung. Dann werden wir einfach weiter mit ihm flirten. Ich weiß nicht, warum er es nicht möchte. Jetzt ruft uns Lilly an. Also das ist die Lilly vom anderen Werwolfrudel. Und sie möchte jemanden um ein Date bitten. Ja, sag zu, wenn du möchtest. Mach, was du willst. Wobei, ist sie nicht mit jemandem verheiratet? Nein. Okay. Na, dann können sie daten, wen sie möchte. Aber ich glaube, das reicht dann auch schon für heute. Die beiden haben sich jetzt einfach wieder einander angenähert. Mehr wollte ich jetzt auch gar nicht. Wie gesagt, ich hatte dabei keine Hintergedanken. Vielleicht müssen sie sehr bald heiraten, aber eben nur vielleicht. Das schauen wir dann in den nächsten Parts. Jetzt verstehen sie sich zumindest einfach mal wieder besser. Und jetzt möchte ich, dass Iana noch ein wenig Zeit mit den Leuten vom anderen Werwolfrudel verbringt. Am besten gehen wir hier einfach essen. Das ist ja das Stranger Things Diner. Das habe ich ja extra da platziert und ich glaube, wir waren tatsächlich noch nie dort. Wer gehört denn jetzt zum anderen Rudel? Also Lilly auf jeden Fall. Christopher Wolkow. Perfekt. Dann gehen wir jetzt mit den beiden einfach mal essen und dann können sie sich ein bisschen austauschen. Darüber, wie eben das Leben als Werwolf ist. Und Diana kann ja auch sagen, dass sie bei den Wildfangs war. Aber irgendwie hat es ihr dort nicht gefallen. Also sie ist eben nicht damit klar gekommen, wie Rory und Lou, das Werwolf-Dasein ausleben. Immerhin waren sie schon ziemliche Verbrecher, wenn man das so sagen kann. Und deshalb möchte sie sich jetzt eben den anderen annähern. Und dann können wir hier gleich auch mal das Bestreben ändern. Genau, statt Wildfang-Rebellen nehmen wir hier nämlich jetzt Abgesandte der Kommune. Dieser Sim möchte sich der Moonwood-Kommune anschließen und ein freundlicher Werwolf-Botschafter für alle werden. Bonusmerkmal Wölfische Beherrschung. Werwölfen mit diesem Merkmal missfällt es aufgrund ihrer Wut die Kontrolle zu verlieren, sodass sie mit der Zeit weniger Wut entwickeln. Wow, das ist genau das, was ich schon immer wollte. Und da müssen wir uns eben der Moonwood-Kommune anschließen, dann müssen wir mit Werwolf-Freunden Kontakte knüpfen, eine gute Werwolf-Botschafterin sein und Alpha der Moonwood-Kommune werden. Sehr, sehr gut. Dann wählen wir jetzt das aus und dann werden wir gleich mal den Tag verschönern und dann werden wir Christopher ein Kompliment über sein Aussehen machen. Wer ist denn das jetzt schon wieder? Fabian Steffens. Okay, den kennen wir tatsächlich schon. Aber dann bitten wir gleich mal um einen Tisch. Ich hoffe übrigens, dass das Deiner hier funktioniert. Ich habe es noch nie getestet. Okay, alle Tische funktionieren nicht, aber die funktionieren zumindest, dann bitten wir einfach um diesen Tisch hier. Ein schwangerer Werwolf. Karina! Schwangere Werwölfe sehen so komisch aus. Und ist das nicht die Sims 2-Musik im Hintergrund? Wieso ist hier die Sims 2-Musik? Gut, wir haben um den Tisch gebeten. Können sie sich endlich hinsetzen? Was ist hier los? Irgendwie sind die in diesem Restaurant absolut überfordert. Also hier ist ein ziemlicher Stau. Wer bist du? Hilary. Oh, wie süß sieht Hilary aus. Perfekt, das mit dem Tisch hat endlich funktioniert und jetzt sitzen gleich auch alle und dann können wir ja einmal für den Tisch bestellen. Okay, Christopher möchte nicht hier sein. Gut, was bestellen wir denn? Alle bekommen mal was zu trinken. Was trinken wir denn? Die Empfehlung ist Milch. Okay, nein, ich hätte gesagt, alle trinken mal Einwalzbier. Warum auch nicht? Vorspeise brauchen wir denke ich nicht. Sie sind ja alle Werwölfe, deshalb glaube ich tatsächlich, sie werden sehr fleischlastig essen. Auch wenn ich persönlich das nicht so gerne mag, aber ich glaube, die drei mögen das. Deshalb wird Jana eine Salami-Pizza essen, Christopher ein Speck-Salat-Tomaten-Sandwich und Lilly isst einen Hamburger. Ich glaube, das passt ganz gut. 45 Simoleons. Ich wünschte, man könnte wirklich so günstig für drei Personen essen gehen. Okay, perfekt. Nein, nicht aufstehen. Setzt euch hin. Dann werden wir mit Lilly einmal unsere Werwolf-Erfahrungen teilen. Und wie können wir uns ihnen jetzt anschließen? wir bitten einfach mal ein freundschaftliches Verhältnis zur Moonwood-Kommune pflegen zu dürfen. Also wir fallen jetzt einfach gleich mal mit der Tür ins Haus. Sagt man das so? Ja, ich glaube. Wir machen das einfach jetzt gleich und überrumpeln sie ein bisschen und fragen sie einfach, ob wir bei ihnen mitmachen dürfen. Tut mir leid, aber da musst du bei unserer Führung nachfragen. Christopher Wolkow. Na, dann machen wir das ja gleich. Wo ist er denn schon wieder? Ah, hier drüben. Irgendwie möchte niemand am Tisch sitzen bleiben. Dann werden wir einmal Fotos mit ihm teilen. Wieso setzt er sich denn jetzt hier hin? Dann werden wir ihm noch ein Kompliment über sein Outfit machen. Jetzt ruft unsere Mutter an. Wir haben kürzlich darüber gesprochen, ein Baby zu bekommen. Meinst du, wir sollten es wagen? Wir möchten schon, aber wir sind nicht sicher. Das ist eine große Verantwortung. Was meinst du? Also es kann sein, dass ich mich jetzt irre. Aber fragt sie nicht in jedem Part, ob sie noch ein Kind bekommen sollen? Also ja, macht halt ein Baby. Macht, was ihr wollt. Haben die jetzt eigentlich schon 100 Babys? Nein. Okay, sie hat nur eine Schwester. Ja, dann macht weitere Babys, wenn ihr das wollt. Und dann fragen wir Christopher einfach auch gleich, bitten, ein freundschaftliches Verhältnis zur Moonwood-Kommune pflegen zu dürfen. Wieso ist unsere Bestellung denn jetzt hier? Hä? Das ist doch gar nicht unser Tisch. Ach, irgendwie haben sich die Tische aufgeteilt. Ich weiß auch nicht, warum. Aber dann schling mal deine Pizza Salami herunter und ich bin schon gespannt, was er sagt. Tut mir leid, Iana, aber ich kenne dich noch nicht gut genug. Geben wir uns die Chance, einander besser kennenzulernen. Okay, also die beiden müssen sich jetzt anfreunden. Sie wechseln irgendwie die ganze Zeit die Tische. Also essen gehen ist irgendwie auch nicht mehr so einfach in Sims wie es einmal war. Irgendwie finde ich es in diesem Restaurant wahnsinnig stressig, deshalb gehen wir jetzt einfach mal zur Bar. Also wir nehmen Lilly und Christopher auf jeden Fall mit und gehen hier einmal zur Reiszahnbar und Bunker. Perfekt. Die beiden sind mit, dann können wir hier jetzt etwas mit ihnen trinken. Und das Restaurant war sehr verbackt und sehr stressig. Also nicht wirklich verbackt, aber es waren viel zu viele Menschen auf kleinem Raum und anscheinend stresst mich das mittlerweile sogar schon in Sims. Hier sind wir und haben im Nachhinein die Rechnung bezahlt. Wie könnte es anders sein? Und dann setzen wir uns mal mit den beiden einfach hier an die Bank. Oh, Caleb ist da. Ja, gut. Wir erledigen zuerst das und dann streiten wir uns mit Caleb. Immerhin muss sie sich ja mit allen Vampiren streiten. Ja, warum setzt du dich dann zu uns? Dann ist doch klar, dass wir dich boxen wollen. Gut. Übernatürlicher Kampf. Leider steht es in den Regeln. Also in den Regeln steht zwar, wir müssen uns nur streiten, aber das ist doch langweilig. Deshalb werden wir einfach gleich gegen ihn kämpfen. Wir haben ja schon so lange keinen übernatürlichen Kampf mehr gesehen. Äh, okay. Caleb ist da. Iana ist da. Er hat Angst vor uns? Ja, gut so. Ich hoffe, Iana gewinnt. Oh mein Gott. Ich habe schon vergessen, wie cool das ist. Also den übernatürlichen Kampf finde ich wirklich unglaublich cool. Und ich hoffe, Christopher und Lily finden das jetzt nicht zu blöd. Oh nein, wir haben verloren. Nein. Okay. Wir haben verloren und Iana ist jetzt unglaublich wütend. Kannst du dich bitte wieder zurückverwandeln? Das wäre sehr, sehr cool. Wir haben jetzt auch eine neue Stimmung mit ihm. Schwelender Groll. Okay. Ist das neu? Perfekt. Und wir haben uns wieder zurückverwandelt. Sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Mit Wehrwolf-Freunden Kontakte knüpfen? Eine gute Wehrwolf-Botschafterin sein. Äh. Lebe die Werte der Moonwood-Kommune, indem du einige praktische Wehrwolf-Fähigkeiten nutzt. Ah. Verwende Wehrwolf-Empathie, um einen randalierenden Wehrwolf zu beruhigen. Gewinne mit der Widerstandskraft während einer Randale die Kontrolle zurück oder verbreite mit Wehrwolf-Diplomatie positive Botschaften außerhalb der Wehrwolf-Gemeinschaft. Ja gut, das letzte können wir nicht so gut, da wir immer mit allen Vampiren kämpfen. Aber das Zurückverwandeln, das machen wir eigentlich die ganze Zeit. Da wir das jetzt abgeschlossen haben, können wir uns endlich mit Christopher besser anfreunden. Aluna schreibt uns gerade eine SMS. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Lou Howell angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Äh. Nein? Wie sollen wir das deuten? Wir haben uns erst von ihm getrennt? Ja. Keine Ahnung, was Aluna damit meinte, aber wir werden uns jetzt auf jeden Fall mit Christopher besser anfreunden. Wir werden ihm einmal den Tag verschönern. Wir werden jemanden parodieren. Wir werden ihm eine lustige Geschichte erzählen. Und dann ist sie beschämt. Vampirischer Triumph, was für eine Schande für die Gemeinschaft der Wehrwölfe. Wie konnte Iana gegen einen plasma-drinkenden Freak verlieren? Oh, Iana. Und sie wurde windelweich geprügelt. Aua, Iana wurde vor kurzem schwer verletzt und tut sich selbst ein bisschen leid. Ach, Iana. Dann werden wir einmal mit unserer Familie angeben. Dann werden wir selbst ironisch scherzen. Dann werden wir einmal mit ihm tratschen. Er ist familienbewusst. Gut zu wissen. Dann können wir nochmal über unser Kind sprechen. Dann werden wir ihn noch seinen Tag fragen. Ihn einmal bewundern. Und einmal Erziehungstipps geben. Da ja familienbewusst ist, vielleicht mag er das sehr, sehr gern. Ich glaube, wir sind schon mit ihm befreundet, oder? Perfekt, wir sind schon mit ihm befreundet. Er ist mit Lavina verheiratet? Wussten wir das? Lavina möchte auch in jedem meiner Let's Plays eine Rolle spielen, oder? Ja, okay. Na, dann hoffe ich, die beiden sind glücklich. Und dann werden wir ihn einmal bitten, ein freundschaftliches Verhältnis zur Moonwood-Kommune pflegen zu dürfen. Schauen wir, was er jetzt sagt. Ich hoffe, jetzt ist er dem nicht mehr so abgeneigt. Ich möchte dich als neue Freundin der Moonwood-Kommune herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns, dass du bei uns bist. Du kannst jederzeit bei unserem Baum vorbeischauen, um Zeit mit uns zu verbringen oder die Anlage zu nutzen. Es ist zwar kein Muss, aber wir würden uns freuen, wenn du dem Rudel die ein oder andere Zuwendung zukommen lassen würdest. Wir werden deine Großzügigkeit zu schätzen wissen. Oh, er ist so lieb und hier ist Lou. Was macht Lou hier? Wir möchten dich hier nicht sehen. Er sieht voll traurig aus, aber er hat es verdient. Ich habe kein Mitleid mit ihm. Er hat es verdient. Perfekt. Und jetzt müssen wir natürlich noch herausfinden, wie wir dem Werwolf Rudel beitreten können. Rudel anschließen. Okay, dann reden wir einmal über Lunare Erleuchtung und dann werden wir Wühlen vorführen. Ich glaube, wir müssen drei Sachen machen, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, drei Prüfungen müssen wir bestehen. Nahrung ausgezeichneter Qualität geben oder ungewöhnliches oder seltenes Sammelobjekt geben. Ja, wo bekommen wir das denn jetzt her? Dann werden wir einfach noch ein bisschen im Boden wühlen. Vielleicht finden wir irgendetwas Cooles. Jana, geh mal hier im Boden wühlen. Sie hat ein Werwolf-Journal gefunden. Lesen wir das mal. Vielleicht erfahren wir hier etwas Neues über die Werwölfe. Mit den Büchern und Zeitschriften haben wir uns tatsächlich schon länger nicht mehr auseinandergesetzt. Auf diesem Artikel scheint ein Zauber zu liegen, doch Jana kann die schimmernde Schrift entziffern. Ist es normal, so emotional zu sein? Blicken wir den Tatsachen ins Auge. Es ist absolut normal für einen Werwolf, in eine unkontrollierbare, durch Lykantropie verursachte Rage zu verfallen, wenn der Vollmond am Himmel steht. Die Mondmagie macht Werwölfe zu äußerst emotionalen Wesen. Die Verwandlung wird zwar nicht gestoppt, aber Experten raten, ein mit Mondblatt vermischtes Getränk zu konsumieren, um eine emotionale Verschnaufpause einzulegen. Okay. Es gibt anscheinend wirklich noch sehr viel mehr zu entdecken, als ich bisher wusste. Welches Rudel ist am besten für dich geeignet? Meine Freunde beschreiben mich als unabhängig, rebellisch. Bei Vollmond bin ich kontrolliert, außer Rand und Band. Mein unverzichtbares Accessoire ist ein Blatt im Haar, mein Stachelhalsband. Mein schicksalhaft verbundenes Gegenstück ist ein Naturfreak Rockstar. Okay, also das ist so wie ein Test im Bravo, nur für ein Werwolf-Rudel. Alles klar. Fünf Dinge, die du vor deiner ersten Verwandlung wissen solltest. Ja okay, das lese ich jetzt nicht, wir haben uns schon einige Male verwandelt, ich glaube, das sollte Iana wissen. Also sie angespannt Trennungsschmerz wegen Verbitterung gegenüber von jemandem in der Nähe. Lu, was machst du hier die ganze Zeit? Es ist genug. Wir haben Lu jetzt zu oft gesehen, Iana geht es damit sehr, sehr schlecht und sie hat morgen in der Früh Uni, deshalb gehen wir jetzt einfach wieder nach Hause. Und hier sind wir wieder, wie geht es unserer Raya? Der geht es natürlich ausgezeichnet, aber du kannst trotzdem mal ins Bett gehen. Iana kann dann mal etwas kochen. Wenn wir etwas von ausgezeichneter Qualität schaffen würden, dann könnten wir es nämlich abgeben. Machen wir mal eine Familiengröße Grillkäse. Vielleicht schafft sie das ja in ausgezeichneter Qualität? Qualität normal. Okay, schade. Aber für jetzt ist es auf jeden Fall mal genug, dann wird Iana jetzt aber auch mal bald ins Bett gehen, denn morgen in der Früh haben wir ja wieder Uni und immerhin müssen wir diese, wie ich schon tausendmal gesagt habe, erfolgreich abschließen. Wir haben jetzt sieben Uhr früh. Raya ist tatsächlich vor ihrer Mutter schon wach, aber zum Glück ist sie ein unabhängiges Kind, deshalb kann sie selbst aufs Töpfchen gehen und sie holt sich dann auch selbst etwas zu essen und die Abschlussprüfung ist in einer Stunde. Vielleicht reicht die Zeit ja noch zum Büffeln. Hey, wir haben schon voll viel gelernt. Iana ist voll gut vorbereitet, dann kann sie aber gleich mal aufstehen. Wir haben die Uni-Hausaufgaben im Inventar, das ist sehr, sehr gut und dann geh gleich mal hier runter, weil Iana schafft es immer zu spät zu kommen. Deshalb wird sie jetzt gleich hier warten, bis es 8 Uhr ist, dass sie diesmal endlich pünktlich kommt. Und Iana geht zur Uni und ist pünktlich und wir schicken die kleine Raya zur Tagespflege. Also in Wirklichkeit ist sie natürlich bei ihren Großeltern. Iana ist wieder da und wir haben folgende Benachrichtigung bekommen. Iana hat ihre Hausarbeit zuversichtlich eingereicht und im Kurs so viel Wissen wie möglich aufgesaugt. Ihre Bemühungen werden sich bei der Endnote für den Kurs ganz sicher auszahlen. Also ich glaube, Iana hat dieses Semester zumindest gut hinter sich gebracht. Und an dieser Stelle werde ich den Part dann aber auch beenden. Im nächsten Video werden wir dann den Geburtstag unserer kleinen Raya feiern. Auf das freue ich mich schon wirklich sehr. Und nun sind wir wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und wie immer freue ich mich über jedes Abo, über jedes Like und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald! Bis bald!